so und damit herzlich willkommen zu einer neuen folge minecraft auf mein kanal heute möchte ich euch mein oder naja meinen indirekten clan blackweather vorstellen wir suchen noch mitglieder er wird gerade erst aufgebaut also hier ist echt noch nicht viel die bewerbungsphase ist wie gesagt geöffnet ihr könnt mir gerne schreiben in die kommentare wenn ihr hier in den clan rein wollt dann kommt hier ein großes gebäude erst mal hin dann werdet ihr hierhin geschrieben besuchen momentan noch einer der alles organisiert also und auch zum beispiel ein bisschen papierkram für uns erledigt das heißt martens forum schreibt wer was für ein clan wir sind und so halt das würden wir dann aber noch mal mit denjenigen absprechen dann bitte bei mir im discord oder in minecraft melden ja dann bin ich hier wie man sieht dann ist hier der gründer hammer dann haben wir bilder smarag boy dann noch zwei freie dann haben wir ein newcomer und ein farmer wie wohl ja das sind sie momentan auch schon dann haben wir hier von mir zwei beings gespendet und ein paar dia blöcke von ihm hier in oma gelindekopf ja auch hier ein kleines lager klaren konnte genau da ist gerade dann lina die hat sie noch bei uns beworben die wird vielleicht noch angenommen ja dann haben wir hier so einen kleinen kleinen hubschrauber ja und hier kommt halt ein größeres gebäude hin also ja auch schon größer wo wir dann halt immer ein bisschen was machen drinnen ja wir werden wahrscheinlich dann auch mit dem klaren immer events machen und sowas also auch zusammen bauen und ja versuchen einfach ein geiler klaren zu sein ja dann regeln immer nett zu jedem sein und helfen wenn man die hilfe von dir sehr braucht ja ja sonst mehr kann man noch nicht zu unserem klaren sagen hier sind baumaterialien drinnen ja schöner heli aber das war es auch schon wieder ja das sollte nur so ein ganz kleines klaren vorstellungs video sein weil wir wollten noch ein paar mitglieder hier drin haben ich würde mich sehr freuen wenn ihr noch dazukommen würdet einfach in die kommentare schreiben oder mir ein disco schreiben oder in game schreiben wie es gerne möchtet dann werde ich euch hier unten mit zuletzt du erst mal schreiben und wir beraten uns denn da ob wir euch aufnehmen oder nicht ja weil wir wollen auch nicht welche aufnehmen die noch nichts auf dem server gemacht haben die nur wegen dem kanal wegen dem klan hier rauf gejoint sind weil sie mit mir irgendwas machen wollen das wollen will mich auch nicht würde ich sagen ich hoffe euch hat das video gefallen wenn ja lasst gerne ein like da wenn ihr mich noch nicht abonniert habt könnt ihr mich gerne abonnieren unterstützt mich nur und dann wünsche ich euch noch einen schönen tag und ciao